Ja, das ist jetzt ganz wiese Kiste da. Erst mich... Da kommt 100% wieder was. Gebe ich bei sich jede Wecke ein. Was steht da? Okay, nicht lesen. auch nö ergelhafte facemaker auch ist meine entdeckung nachgeladen habe ich meine andere waffe weil die ziemlich stark sind die scheiße hatte ich gehe mal so auf den sack mann bin ich richtig premium ich bin ich habe sie nicht mit dem kapitän gemacht haben die kürze die herr am arsch sicher ist sicher und es ist nicht gesund so in der wand zu stecken komm zu papa weiß ich das immer doch man ich bin einfach genial dann lebt ihr noch nein der liebte aber noch aber er hat auch noch es ist tontaupen schießen nun kommt heute nicht hin da ist wir einer gekommen dass wir zwei einer immer den schwanz schön weg machen dann passt das der ist weg kommen die dinger her keine ahnung die dinge aber noch langsamer verfahren rückwärts gott im himmel oder also die zwei machen jetzt pvz und dann mache ich hier weiter wir was mit aufmachen ist das es kommt mir vor als wäre es ewig lange her aber ich kann dir helfen komm mit mir Ui, komm hier aber nicht hin, du Idiot. So, jetzt müssen wir kurz nach... So. Wer war das? Was ist jetzt deine Freunde? Ich weiß es nicht. Hab ich nämlich das lieber wieder? Der Sander ist im Lagerraum neben dir. Ich glaube, ich kann das Schloss von hier aus deaktivieren. Warte kurz. Alter, wie kann die so lange überleben? Ich trau der Alten nicht. Dass ich der Alten irgendwie nicht traue, ganz. Ich weiß nicht, ob es aus dem Prinzip ist oder einfach nur so. Ja, ihr habt eh keine Chance, bleibt liegen. Ich habe eh keine Chance gehabt. Achso. Faul halten. Ja, das ist eine ganz wiese Kiste da. Erst mich und dann sie und gleichzeitig noch. Alter, geh weg. Du auch. Alter, da wollen sie es aber jetzt wissen. Aber solange ich so viel Munition habe, können sie probieren, was sie wollen. Ich liebe dich auch. Sie wird bald vorbei sein. Gehe ich nicht mit meinen Stasen? Nein, kann ich nicht. Schade. Aber sie hat mir irgendwie, dass es meine Tür geöffnet ist, die große Liebe meines Lebens. Sind das? Jetzt wäre es dann da, hast du den Bauch hier. Hat sie ja gesagt. Eifek. Hey, ich hatte eben kurz dein Signal verloren. Ich habe mir Warten gemacht. Ich sehe, hast du den Sender. Dann also auf zum Schussbeck und bringe ihn da an dem Asteroiden an. Ich habe die Flugbahn mehrmals durchgerechnet. Und wenn wir ihn bald abfeuern, stehen die Chancen ganz gut, dass er einen sicheren Abstand erreicht und senden kann. Hm. Immer noch kein Zeichen von Hammond. In dem Zustand, in dem er war, glaube ich nicht, dass er noch lebt. Ja, du bist ja richtig motivierend. So richtig motivierend bist. Ich habe bald keine Muni mehr, das ist mein Problem gerade. Ich habe mir dann echt die Muni ausgeht trotzdem. Gut, ich habe eine Menge Medikets, die kann ich auch mal verkaufen, Munition kaufen. Aua. Wann bin ich schlecht? Ja, bin ich. Und zwar grottenschlecht. Dass ich grottenschlecht bin. Fuck off, Mann. Fuck off. Was kommt jetzt? Scheiße, ich lüfte immer noch. So, jetzt bin ich durch. Kriege aber nicht meine Munition. Ich muss die Munition eigentlich ranziehen. Oh. Kopfabschweinzer Pass. In Ruhe. Oh. Scheiß Schrei. Ja, mach doch. Apropos, gibt es vielleicht einen neuen Anzug für mich? Ich weiß es gar nicht. Muss ich mal gucken. Wenn ich einen neuen Anzug bekomme. Ah, da ist der Fahrstuhl. Jetzt gehe ich wieder auf meine andere Waffe. Oh Gott. Gibt er noch? Ja, jetzt nicht mehr. Ich habe Zugang zum Aufzug des Schirfs unterwegs. Es war eine Sicherheitsabschattung, obwohl ich bezweifle, dass es Ihnen geholfen hat. Weil du jetzt den Wender und den Schlüssel hast, solltest du herkommen. Scheinbar wird der Asteroid von Gravitationsstrahlen an Ort und Stelle gehalten. Du wirst sie deaktivieren müssen, bevor du ihn starten kannst. Jawoll, Chef. Mach ich. Ich hoffe, dass ich jetzt diese Aufnahmesession noch dazu komme. Jetzt wird es auf jeden Fall in der nächste Aufnahmesaison da rauskommen. Da die Folgen jetzt ja länger werden, werde ich schneller aufnehmen. Warum klappeln die jetzt alle? Ach so, Leute. Alter. Wie viel sind das? Schwerflug, Grecks, Bastard. In der Munition habe ich noch einen Kunde. 45 Schuss und keine Plasma-Energie mehr. Aber Credits habe ich. Credits kriege ich jetzt hier. Super. Dann muss ich nichts anfangen. Das kann ich eher gebrauchen. Ja, hau einmal in die Luft. Luftpumpe durch. So, gehen wir nach rechts. Was machen wir hier rein? Wie ist es mit Energie? Wenn ich das Energiepäckchen finde, kann ich es da reinschieben. Exposed shock tower, what the hell? Ja, hier ist nichts. Dann schieben wir hier mal die Energie raus und schieben sie drüben rein. Das ist eine Munition. Wo? Ein Arm weg. I'm kill. One shot. Das machen wir jetzt mal die Werkbank noch mal auf. Ein bisschen upgrade. Plasma cutter natürlich. Ich habe hier wieder zwei. Dann mache ich hier den Schaden. So, jetzt ist das Schaden auf Maximum. Und das kann man ja sich sehen lassen. Drüben wäre noch ein Schub. Ja, das ist ja jetzt keine Herausforderung mehr mit der Waffe. Das hier wird mein letzter Eintrag sein. Ich habe gesehen, was sie mit den Leichen machen. Was aus ihnen wird. Ich werde nicht zulassen, dass das mit mir passiert. Wenn ich keine Gliedmaßen mehr habe, kann ich wenigstens niemanden mehr töten, wenn ich infizit bin. Ich glaube, der hat sich... ...und den Kindern, dass ich sie liebe. Oh Gott. 37.000. Noch einer. 35.000. Es fehlt mir noch ein bisschen was. Ich will das Ding haben. So, ich will den Anzug Level 4. Gib mir. Juhu. Noch in der Season. Aufnahme-Session. Dieser Session. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das Panzer ich dann bin. Boah. Boah. der ist fett und hat mehr inventarplätze mehr panzerung und mehr leben 35.000 kann man ja auch was erwarten noch 1100 soll ich hier noch wie verkling das brauchen wir auch nicht das sind brauche ich noch 70.000 wer das ist das kleine doch wieder mit 1 oben drüber noch gucken was da ist und dann wird auch bald gespeichert werden weil die season aufnahme sie sind auch gleich so rum ist und deswegen werde ich jetzt auch bald die aufnahme beenden müssen tun weil noch einer muss morgen mit einer raus was habe ich nur jetzt eingesetzt darauf drehen sicher teilweise irgendwas brechen sicher ist sicher das ist der asteroid dem wo ich pflastern muss gleich medikett ist mehr strahlen müssen deaktiviert werden der sensor anbringt sonst bringt das ja alles nichts hier energieknötchen aber die tür schon mal offen ist die tür schon mal auf gott dann würde ich sagen da die letzte die vorletzte folge länger war machen wir diese jetzt ein bisschen kürzer weil sonst würde ich jetzt viel verraten wir müssen auch noch hg aufnehmen und noch das test server video machen deswegen werde ich jetzt diese aufnahme hier machen wir das nächste mal weitermachen ich glaube morgen sogar schon und die nächsten folgen aufnehmen ich glaube das reicht ja das reicht jetzt werden wir sagen bis zum nächsten mal meine freunde ich hoffe es hat euch spaß gemacht und bis dahin bis dann tschüss